Hallo meine lieben Diamonds und herzlich willkommen zu diesem Paint With Me. Und bevor wir starten, möchte ich mich nochmal ganz, ganz lieb bedanken. Erstens bei den ganz vielen neuen Abonnenten von meinem Zweitkanal Kreatives Allerlei. Dort gibt es bald Resing gießen, Keramik gießen, Halls und Basteln, Malbücher ausmalen, Malbücher vorstellen und, und, und. Ich habe eine Menge vorbereitet, aber hier geht es weiter mit Diamond Painting und zwar ausschließlich Diamond Painting und Diamond Painting Halls. Und ich möchte mich noch bedanken bei der Rosalie. Die liebe Rosalie hat mir ein Päckchen zukommen lassen, beziehungsweise zwei. Von dem einen wusste ich, beziehungsweise, ja, ich war von allem überrascht, sagen wir mal so. Ich zeige euch mal die drei Sachen, die ich bekommen habe. Als allererstes zeige ich euch mal diese Socken. Ich bin ja Baby Yoda Fan, das wisst ihr ja inzwischen wirklich alle. Also in den letzten zwei, drei Jahren habt ihr es alle mitbekommen. Baby Yoda lässt mein Herz schmelzen, ja. Da hat sie mir die Socken besorgt vom Primark. Und ich bin so herber aufgeregt, die mal zu tragen. Mein Mann hat die noch nicht gewaschen, weil ich warten wollte, bis ich sie euch im Video zeigen kann. Also er wird sie jetzt morgen früh waschen, damit ich sie morgen Abend tragen kann. Ich freue mich schon drauf. Ich werde mich auf jeden Fall für diese entscheiden. Die finde ich total toll. Ich werde sie auch nur zu Hause tragen. Also nicht unterwegs, sondern nur zu Hause. Mein Heiligtum. Ja, das war das erste Geschenk. Vielen, vielen lieben Dank. Dann kam das hier. Und zwar weiß sie, dass ich beim Painten gerne nasche und auch gerne Netflix gucke und dabei ein bisschen nasche im Bett und beim Painten. Dann habt sie mir diese hier geholt. Die kannte ich noch gar nicht. Mit Gemüsesaft. Also wer von euch kennt die? Wer kann mir die empfehlen? Ich habe sie noch nicht geöffnet. Ich werde sie erst probieren, wenn ich ein bisschen Meinung von euch gehöre. Und dann können wir ja gucken, wie ich sie finde. Also die sehen schon sehr lecker aus. Und Gemüse ist ja wirklich sehr gesund. Ja, die hat sie mir geschenkt. Und jetzt kommt mein Highlight. Und zwar, wer Rosalie schaut, der weiß in ihren Videos, wenn sie auspackt, sagt sie, Tüte kann weg. Das ist so das Highlight des Videos für mich, ja. Da sage ich auch jedes Mal, Mensch, mach doch was draus mit dem Spruch und so. Das ist doch total toll. Ich liebe es, wenn sie es sagt, ja. So ein sympathisches Mädel, also ganz ehrlich. Wenn ihr die noch nicht abonniert habt, der Link ist in der Videobeschreibung. Ihr kommt da direkt auf ihren Kanal. Sie ist wirklich super, super sympathisch. Also Wahnsinn. Ich vertrage mich mit ihr sehr, sehr gut. Und sie hat mir aus ihrer Kollektion einen Stoffbeutel geschenkt. Eine riesengroße Stofftasche mit Tüte kann weg. Guckt euch das mal an. Ist das nicht toll? Ich finde es total geil. Und da unten steht nochmal ihr Kanal, ja. Sodass ich beim Einkaufen schön Werbung machen kann für unsere Rosa. Ich mache gerne Werbung für Menschen, die ich sehr, sehr gerne habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei ihr mal vorbeischaut, wenn ihr sie noch nicht kennt. Das war das zu diesem Thema. Wenn ihr so eine Stofftüte wollt, in verschiedenen Farben gibt es die, glaube ich. Und auch T-Shirts, wenn ihr möchtet. Kann ich euch empfehlen. Tüte kann weg. Ist einfach geil. Ich finde den Spruch irgendwie, der hat was. Ihr wisst ja, wir kriegen bei unseren chinesischen Diamond Panties immer diese weißen Tüten. Und Stofftüten sind nun mal besser für die Umwelt. Ihr bekommt es bei Rosalie. Also nicht die Socken, sondern alles, was diesen Spruch betrifft. Und ich glaube noch viel, viel mehr. Ich werde euch den Shop-Link auch unten verlinken. Unter diesem Video. Wenn ich ihn bekommen habe. So. Ich packe das mal weg und wir painten eine Runde. Was haltet ihr davon? Ich finde die Tüte so toll. Vielen, vielen lieben, lieben Dank. Ich hänge die mal wieder an meinem Regal gleich auf. Aber ich hänge die erstmal am Stativ hier neben mir. Ich bin immer noch bei dem Glücksbärchen dran am Painten. Ich habe nicht viel geschafft die letzte Zeit, weil ich echt flach gelegen habe. Es tut mir furchtbar leid. Aber ich glaube, das könnt ihr verstehen. Ihr kennt mich ja. Wenn ich krank bin, dann bin ich wirklich krank. Also dieses rosane Lichtbett, das kleine, hatte so ein langes Kabel dabei. Ich musste das zusammenfalten. Ich nehme aber das große Lichtbett jetzt für dieses Video. Und dann schwenke ich auch mal ein bisschen runter. Also ich habe hier von Kudils den Glücksbärchen. Ich habe hier so ein bisschen weiter gemacht an den Beinen. Was ich im Moment nicht so gut finde, ist hier diese Musterung. Da werde ich wohl etwas verbessern. Weil ich hatte damals dieses Bärchen als Stofftier. Und dieses helle hier finde ich nicht so toll. Da werde ich noch ein bisschen dunkel machen, damit das Bein erkennbar ist. So. Genug gesabbelt. Jetzt wird hier painted. Ich muss die Kamera so hinmachen, dass ich auch was sehe beim Painten. Gut. Wir packen uns das Schifflein. Und zwar das von Steinchen Suchti. Wenn ihr ein Schiffchen in der Art wollt, also die Aufkleber habe ich drauf gemacht. Ihr könnt euch das personalisieren lassen. Ich habe hier meinen Kanalnamen drauf bekommen. Und die gibt es mit Fünferaufsetzer. Also für Fünferaufsetzer nutzbar. Die gibt es für einzeln. Da habe ich das grüne Schiffchen. Das habe ich euch ja alles mal vorgestellt. Und inzwischen gibt es welche. Die zeige ich euch demnächst. Ich kriege nämlich ein richtig tolles Promopaket vom Steinchen Suchti. Und ich freue mich da riesig drauf. Ja. Lasst euch überraschen. Es gibt neue große Schiffchen mit anderen Rillen als diese. Und zwar ganz besondere. Werdet ihr dann sehen. Mehr verrate ich noch nicht. Ich schalte mal das Licht ein hier beim Bild. Ich benutze heute diesen Stift. Mit dem Normalbohrer. Und dem Fieraufsatz. Dann werde ich hier bei der Folie den Deckel drauflegen. Ich habe hier alles vorbereitet in den passenden Farben. Ich habe hier AB Farben, wenn ich sie brauche. Und ich benutze diesen Koffer mit den breiten Döschen. Und natürlich ist da der Zettel bei, damit man immer weiß, welches Bild in diesem Koffer versteckt ist. So, wir brauchen... Ich würde mal sagen, wir machen das D. Und das D ist die 11. Nehmen wir uns die 11. Und dann zeige ich euch mal, wie ich den Koffer hier stehen habe. So, Moment. Und zwar habe ich den Koffer hier auf meinem Stativ. Sodass ich dann nur noch so greifen brauche. Finde ich sehr, sehr praktisch. Hier ist meine Lampe mit dem Beruhigungslicht. Also mal rot, mal blau, mal rot. So, und dann fangen wir jetzt mal an. Nach langer Zeit mal wieder ein Paint With Me. Ich weiß, ich mache das viel zu selten. Aber... Moment, ich muss mal eben einschütteln. Ich mache das viel zu selten mit dem Paint With Me. Aber es ging im Moment nicht anders. Mir ging es echt nicht gut. Mir ging es richtig kacke. Ja, kann man sagen. Ich habe immer wieder Kaltschweißausbrüche. Immer wieder Schwindelanfälle. Grippesymptome. Es ist nicht mehr feierlich. Also, ich werde nicht drum rum kommen und bald mal meinen Onkologen besuchen. Beziehungsweise Onkologin. Und dort mal sagen, Leute, guckt, was los ist. Ja. Ich hatte vorhin noch nebenbei das neue Video von Rosalie laufen. Und zwar ihren Paint Some Way Haul. Und ich wollte euch fragen, möchtet ihr gerne mal ein paar also auf meinem Zweitkanal. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, stoß gerne dazu, ja. Wenn ihr zum Beispiel gerne Hauls guckt, wie Action Haul, Teddy Haul, Bastelideen. Im Advent kommen dann auch Bastelideen. Und ich gieße mit Resin, ich gieße mit Keramik, ich gieße mit Gips. Also, ich bin da sehr vielseitig auf dem anderen Kanal. Da ich hier aus diesem Kanal einen ausschließlich Diamond Painting Kanal machen möchte. Ob ich mich dran halte, ich weiß es nicht. Weil ich ja auch einige Kooperationsvorschläge bekomme, die ich dann auch gerne euch zeigen möchte. Ja. Es ist nicht so, dass ich jede Kooperation annehme. Ich nehme mir nur die an, wo ich denke, das könnte euch vielleicht gefallen. Und ich habe schon so oft gehört, Mensch, du freust dich auch über alles und finde ich nicht echt. Und Leute, würdet ihr euch nicht freuen, wenn ihr irgendwie eine Kooperation bekommt mit Bildern, mit Zubehör. Also, wenn ihr drei Jahre dafür geackert habt auf YouTube, dann freut ihr euch über alles, was ihr bekommt. Und ich weiß auch nicht, warum einige das so negativ dann sehen. Und ja, ich habe euch immer zu wenig gezeigt, wie die Bilder gepaintet aussehen oder ein Paint With Me abgedreht. Das werde ich jetzt alles, alles ändern. Ja. Ich bin nur manchmal auch ein bisschen faul. Ich stehe dazu, ich bin da ehrlich. Im Moment bin ich manchmal so ein bisschen faul, dann geht es mir mal schlecht, dann habe ich dann auch keine Lust mehr. Und selbst die Livestreams habe ich so reduziert, reduziert, ja, ist okay. so reduziert, dass die Leute schon tausendmal nachfragen und sagen, ja, ich bin enttäuscht. Aber kommt man in meine Haut, drei Jahre YouTube, fast immer regelmäßig, jeden Tag Content gebracht. Jetzt rede ich ein bisschen kürzer, weil meine Gesundheit mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ihr wisst genau, ich habe Krebs, ich habe Autoimmunerkrankungen, ich habe Schmerzen, die täglich sind. und wer da nicht versteht, dass mein Content manchmal ein bisschen weniger ist, der muss meine Videos ja auch nicht schauen. Ich rede nur selten über die Erkrankungen, die ich habe, weil ich denke, es bringt euch ja nichts, wenn ich euch jetzt die Ohren voll jammere. Aber im Dezember möchte ich eine Charity-Aktion starten, und zwar für Kinder. Ich werde Spielzeugfirmen anschreiben, und wenn ich dann hier irgendwas vorstelle, was nicht Diamond Painting betrifft, dann hat das mit der Charity-Aktion zu tun, das werde ich dann auch dabei sagen. Also wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch mal vielleicht, was weiß ich, Spielzeug vorstelle oder so, denn dieses Spielzeug kommt dann in Onkologien, hier in meiner Nähe, zum Beispiel. Ich habe das 2016 schon mal gemacht, die Aktion hieß damals Histio Hero Angel, ja, Histio für meine Histocytose, und ich habe an Kinder mit seltenen Krebserkrankungen dann Pakete geschnürt und die abgegeben. Ja. Mit Supersand und all sowas. Und nein, ich möchte jetzt keine Spielzeug- oder Spenden sammeln, das überlasse ich den Spielzeugfirmen. Ihr persönlich müsst nichts spenden oder sonst was, das möchte ich nicht. Nicht, dass ihr mir jetzt kommt, wie kann man dich anschreiben, ich möchte dir was schicken, nein, bitte nicht. Denn, die Spielzeugfirmen geben genug, um es den Onkologien zu verteilen. Die Onkologien nehmen nämlich auch nur frisch verpackte, also ganz neues Spielzeug. Nichts, was gebraucht ist, nicht was ausgepackt ist. Da muss man ganz penibel dann drauf achten. Wenn ihr aber auch sagt, dass ihr in NRW Onkologien kennt, dann könnt ihr mir gerne schreiben, dann nehme ich mich dem an. Wenn es in der Nähe von mir ist, dann lässt sich es einrichten, dass ich da die Sachen hinbringe oder die Sachen hinschicke und mich mit den Ärzten da in Kontakt setze. Das könnt ihr gerne tun, also wenn ihr eine Onkologie kennt, wo vielleicht euer Kind drin ist oder ein Kind aus eurer Familie. Sagt mir gerne Bescheid per E-Mail. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da so ein bisschen zusammentun, ihr und ich. Denn die Krankenkinder haben es jetzt in der kommenden Weihnachtszeit, Adventszeit, die jetzt kommt, echt nicht leicht. Vertraut mir, es ist nicht schön als Kind im Krankenhaus zu liegen, wenn die Adventszeit kommt, Weihnachtsmarkt ist und so. Ja. Und ich weiß, das Thema Krebs und andere Krankheiten ist bei manchen nicht so gerne gehört, aber es ist nun mal Fakt, jeden von euch kann es mal treffen. Es ist so. Nicht jeden geht es so gut wie mir. Und mir geht es nun mal besser als andere. So, dann nehmen wir das Jot. Das Jot. Wo ist das denn? Die 15? Boah, ich habe so lange kein Paint with me mehr gedreht. Das ist so ungewohnt, ne? Aber ich kann es noch. Wer mir bis jetzt zugehört hat, der kann mir gerne das Passwort als Kommentar schreiben und zwar süßer Glücksbärchen. gut, es sind zwei Wörter, aber so kommt es nicht so komisch bei den anderen rüber, die dann schummeln. Ihr wisst, was ich meine. Ja, dann habe ich auf Netflix The Crone durchgeguckt. Wer die Serie geguckt hat, der weiß, manche Folgen ziehen sich echt hin wie Kaugummi, ne? Also es ist wirklich, boah, da denkt man wirklich, wann ist die Folge endlich vorbei? Ich musste oft vorspulen. Ich wollte ja eigentlich nur die Geschichte von Prinzessin Diana gucken. Mehr nicht. Jo. Wart ihr denn schon am Weihnachtsmarkt? Ist bei euch schon ein Weihnachtsmarkt eröffnet? Bei uns hier ja. Also ich habe ja hier Herne, Wanne, Eickel, Bochum, Gelsenkirchen in der Nähe. Bei uns ist eröffnet, ja. Aber ich werde da nicht hingehen. Ich mache es mir zu Hause gemütlich mit einem heißen Kakao. Das reicht mir völlig. Wir schmücken den Balkon mit Lichterketten und machen uns heißen Kakao oder Glühweinpunsch. Den kann man ja auch mit oder ohne Alkohol machen, ne? Muss ja nicht immer Alkohol sein. Geschmückt wird in unserer Wohnung ja kommende Woche, denke ich. Also den Adventskalender, den leeren habe ich schon hängen. Den leeren. Der wird noch gefüllt. Mit Gutscheinen, mit Leckereien. Auch für die Katze. Die kriegt auch was im Dezember. Die Katze ist ja unser Ersatzkind. Wann schmückt ihr? Und wie schmückt ihr? Schmückt ihr viel oder eher so ein bisschen selten? Ähm, selten. Ja, genau. Bisschen weniger. Oder sagt ihr euch, ne, also ich habe keinen Bock auf Weihnachten. Muss nicht sein. Jeder erlebt es ja anders. Ich meine, ich habe letztes Jahr meinen Vater verloren. Ähm, letztes Jahr habe ich aber auch Weihnachten gefeiert und dieses Jahr werde ich es auch tun, weil ich glaube nicht, dass mein Vater gewollt hätte, dass ich kein Weihnachten mehr feiere. Ja, ihm war Weihnachten auch wichtig. Soweit ich das weiß. Ja. Dann nehmen wir mal den nächsten Buchstaben. Wir kommen ja gut voran. Ach nee, da beim Bären sind noch ein paar Jots. Also ich kann bei Kudils sagen, die Steine lassen sich super legen, aber manchmal sind die Farben so ein bisschen irritierend. Also da muss ich mit Kudils mal in Kontakt treten. Die Farben verwirren so ein bisschen und ich habe nun wirklich schon sehr viele Bilder von Kudils. Ich glaube so mindestens 40 Stück und personalisierte mindestens 15. Ich lasse mir ja so gerne da personalisieren, weil die echt einen guten Druck haben und die Steine auch immer sehr, sehr gut sind. Aber manchmal läuft dann doch was schief, aber das ist das ist normal. Das ist bei jeder Firma, dass mal was schief geht. Nicht jede, also keine Firma ist perfekt. Kann ich euch sagen, wie es ist. Und ich habe nun wirklich schon viele Firmen durch. Seit drei Jahren bin ich dabei und ich habe sie fast alle schon getestet. Manche musste ich selber kaufen, manche habe ich Kooperationen gekriegt. War unterschiedlich. Also ich habe auch selber schon Bilder gekauft. Nicht, dass ihr denkt, ich kriege alles in den Poppes geschoben. Ich kaufe auch selber. Und alles, was ich hier an Kooperationen habe, wird auch in den Steuern abgesetzt, also beziehungsweise nicht abgesetzt, sondern in der Steuererklärung und alles drum und dran. Es ist also nichts geschenkt. Ich muss alles versteuern, weil ich ja einen etwas größeren Kanal habe. Jetzt nicht ganz groß, aber es ist halt das ist halt schon eine bestimmte Größe. Wollte ich nur mal gesagt haben, für alle, die denken, die kriegt ja alles. Aber ich mache ja auch was dafür, ihr Lieben. Ich drehe Videos, ich nutze die Zeit, um Videos zu drehen, Videos zu schneiden, Ideen zu finden für Videos und, und, und. Und vertraut mir, der Content wird bald wieder so wie vor drei Jahren sehr entspannt und viel Paint With Me. und mit viel gepaintet. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, seit wann ihr hier beim Kanal dabei seid. Ich meine, die Frage stelle ich öfter. Welche Steine ihr gerne painted? Ob ihr mal Bock habt auf eine Verlosung? Ich habe nämlich ein bisschen was gesammelt, was ich verlosen könnte. Und ja, ich hatte auch schon oft versprochen, Verlosungen zu machen. Aber wenn man krank ist, kann man die nicht durchziehen, dann macht es ja keinen Spaß. Ich habe hier mehrere Stifte, die ich verlosen möchte im Dezember, vielleicht auch schon Ende November. Und ich hätte eine Mystery Box zu verschenken, also nicht zu verschenken, sondern zu verlosen. wäre das nicht was für euch? Eine Mystery Box von mir für euch zur Verlosung? Überlege, ich überlege. Auf jeden Fall gibt es erst mal die beiden Stifte, weil die können im Umschlag verschickt werden. Das kostet mich nicht viel Porto. Und die Stifte sind sehr, sehr schön. Die zeige ich euch aber in einem anderen Video. Nicht jetzt. Ist Überraschung. Überraschung, überraschung. Ja. Und ich würde sagen, wir machen jetzt für heute erst mal Feierabend. Ich mache das nächste Mal ein bisschen längeres Paint With Me. Versprochen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter painten und zeige ich euch den Fortschritt in einem anderen Video dann. Also wir gehen mal ein bisschen weiter weg. Machen wir hier das Licht aus bei dem Lichtpatch. Und dann zeige ich euch mal von Weitem den Bären. Ja doch, der wird schon schön, finde ich. Der wird schon schön. Ja. Und genau so einen hatte ich als Kuscheltier früher. Oh, so schön. Ich kann euch ja demnächst in einem Video zeigen, was ich schon alles für Bilder von Q-Deals habe und wie mein Stand ist von den Bildern, die ich im Moment offen habe. Ich habe glaube ich insgesamt drei Bilder offen nur. Das ist dieses und noch zwei. Also das geht schnell. Gut. Ich höre jetzt mal auf mit meinem Gesammel. Ich werde das Video hier schneiden und direkt hochladen. Ihr bekommt also gleich am 15.11. heute Abend euren Content, den ihr möchtet. Ich freue mich auf euch fürs nächste Video und vielleicht sehen wir uns ja bald live. Ich möchte nämlich einen Advent Stream machen hier auf YouTube und ich freue mich drauf. Sehr sogar. Mein heißer Kakao freut sich auch schon mit Sahne und Marshmallows. Also, ja, wir sehen uns im nächsten Video morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich ein bisschen querbeet gesammelt habe. Ich weiß, ich muss erst mal wieder reinfinden. Aber das machen wir schon, ne? So. Ich verabschiede mich und vielen lieben Dank, dass ihr bis jetzt zugeguckt habt. Wenn ihr noch dabei geblieben seid bis zum Schluss, dann nennt mir jetzt gerne in den Kommentaren, also nur wenn ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid, in den Kommentaren noch mit dabei das Wort Weihnachtsstream. Also quasi so ein Satz, ich, ne? Hashtag Weihnachtsstream. Würde mich freuen und bis dann, ihr Lieben. Tschüss!